Hallo Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Resident Evil Village. Für alle, die jetzt erst einschalten, wir spielen Resident Evil Village mit Unendlich Muni. Also ich habe schon mal ein, zwei Mal durchgespielt das Spiel. Drei, vier vielleicht, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Mal, I don't know. Und das DLC kommt ja bald raus, Ende Oktober. Und darauf spielen wir hin. Und im Anschluss an das Hauptspiel geht es direkt ins DLC mit mir und mit dir. Warte, mit dir. So, danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr da seid. Und jetzt gehen wir hier raus. Letzte Folge haben wir die zweite der komischen Kinder hier gekillt. Warte mal, haben wir hier nicht irgendwo? Ja, aber welcher ist das jetzt? Wir haben zwei Stück. Naja, zwei haben wir gekillt, die ging auch relativ fix. Mussten wir so eine Dachluke da aufmachen. Und dann war sie eigentlich schon tot. So. Ähm. Okay. Ich bleib drin. Ich bleib drin. Tschüss. Nein, Spaß. Spaß. Wir gehen raus. Oh, jetzt hab ich ihn angelockt. Jetzt hab ich ihn angelockt. Ja, auch hier sind meine Sniper-Skills wahrscheinlich begrenzt. Aber, ähm. So, äh. Streiten wir voran. Sind wir schön mit dem Arsch an der Wand lang, ne? Okay. Ist ein Aufzug. Ein Aufzug. Okay, wir gucken uns aber noch um. Wer weiß, was wir noch finden. Wow. Oh, der ist flink. Oder. Stiab. Störb. Oh, 1080. Komm hier so hoch. Mit der Musik zusammen. Das ist... Da ist einer. Da ist einer. Okay. Warte mal. Hm. Ich will erst mal hier vorne. Was bitte mal eben durch. Oh, hier ist der eine draufgegangen. Okay. Scheiße. Jetzt hab ich nicht geguckt, was wir gesammelt haben. Wenn man so unter Stress ist im Spiel, ne? Du sammelst einfach nur noch ein. Egal, was es ist. Und wenn es ein Haufen Scheiße ist. Okay. Ja. Hallo. Oh. Korrekt doch. Wir sind schnell. Kristallener Flügel. Okay. Nice. Den holen wir hier her. Oder doch, komm. Nein. Oh, ist runtergefallen. Shit. Den kann ich nicht mehr looten. Schade. Die sind bestimmt viel wert. Lassen wir ihn mal herkommen. Die sind gar nicht so leicht zu treffen. Die sind echt nicht leicht. Wie viel Schüsse hält der denn aus? Okay. Jetzt haben wir ihn aber. Direkt doch endlich. Okay. Okay. Wow. Das sind schon. Keine leichten Gegner. Läuft alles? Hallo. Ja. Immer mal gucken, ob die Aufnahme auch. Keine Experimente. Oh. Okay, dann doch. Komm her. So. Ja. Ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber keine kristallenden Flügel. Schade. Nur einmal. Wo geht's hier? Schießpulver. Okay. Ah, hier geht's lange. Da leuchtet so hell. Ich denke, da müssen wir hin. Okay. Leben noch welche? Sieht nicht danach aus. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Musik ist aber immer noch nicht so vertrauenserweckend, wie ich mir das gerne vorstelle. Eger Schloss. Guck mal, wie heftig, riesig das ist. Wow. Da müsste doch dann der Innenhof sein, oder? Ich kann das nicht so richtig sehen. Müsste eigentlich. Okay, was sollten wir jetzt hier? Na gut. I don't know. Oh, wir haben eine Maske vergessen. Bei dem einen Brunnen. Letzte Folge, wo der so gezischt hat. Wisst ihr? Da war eine Maske. Da war genau so ein Teil. Oh, da müssen wir hin. Okay. Wie war das denn noch? Ja, den Weg finde ich, glaube ich, noch. Okay. Okay. Hier geht's runter. Ach. Eben Winters, Alter. Haben wir hier alles? Kann man das sehen? Nee, irgendwas haben wir nicht gefunden. Die Frage, ob uns das egal ist. Wahrscheinlich ja, ne? Ah, komm. So. Brrrr. Dass der Fahrstuhl ja dann unten in den Haupteingang da führt. Muss ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell, du willst! Ich krieg dich schon! Sorry. Wir fahren wir gleich wieder runter. Oder können wir auch hier zurück? Wir können auch hier zurück, eigentlich, ne? Komm, wir gehen hier zurück. Wenn uns das Spiel sagt, wir sollen hier zurück, dann gehen wir hier zurück. So wie sich das gehört. Okay. So. Dann können wir auch die Maske holen. Ich hoffe, hier fällt jetzt nicht irgendwo noch jemand runter. Stimmt, die Schatzkarte haben wir auch noch. Wir müssen auch noch mal darüber sprechen, dass uns die Hand abgehackt wurde und er sie einfach wieder in den Arm gesteckt hat. Wie auch immer. Okay, hier ist alles safe. Glocke sind gute Leute. Die ist hier. Ach ja. Stimmt, das war ja die Abkürzung quasi. Ja, hier haben wir die eine gekillt. Alles klar. Genau. Die Frage war hier irgendwo noch etwas. Hier sind wir hochgekommen. Genau. Hatten wir die Tür hier geöffnet? Okay, die sind wohl auch wieder da. Hm. 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 Aber wo müssen wir denn jetzt denn? Ach, wir können doch. Äh, genau. Zurück. Erstmal zum Duke, würde ich sagen. Hier hinten war keine Tür. Nicht auszuhalten, dieser... Wow. Safety first. Ab nach Haus. Oben. Irgendwo da oben war noch, glaube ich, noch ein... Ähm. Oh ja, schläft der? Ach, geiler Typ. Alter, geiler Typ. Oh ja, oh ja, oh ja, ich bin der Geiz, äh. Ach, scheiße. Ach, warum klicke ich denn da immer drauf? So, was haben wir denn jetzt? Schätze, Zutaten, sonstiges, Arznei, Munition. Das können wir erst mal verticken. Nennen Moni auch. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Ja, ja, klar. Ist mir auch eigentlich scheißegal. Okay. Das kann auch weg. Wir können eigentlich die eine Waffe wieder verkaufen, oder? Diese hier. Na, egal. Wir lassen sie mal drin. Schätze, okay. Kristallnissfragment. Kristallnisschädel. Echt wenig wert. Warum auch immer. Kristallnissflügel. Zwei, vier. Okay. Oh. Oh, fünf. Ah, wir können das Weinglas auch verticken. Ingrids Halskette. Warte mal. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Sieht schon cool aus. Sieht schon sehr cool aus. Geil. Das sieht auch geil aus. Geil. Okay. Dann brauchen wir hier mal die Murmelbahn, oder? Ähm. Ah, der Schlüssel. Schmiede eiserner Schlüssel. Maske der Freude. Maske des Zorns. Schatzkarte. Genau. Kugel. Ähm. Ah, okay. Wir können das hier. Ähm. Stopp. Okay. Stopp. Jetzt rüber. Okay. Ähm. Oh, nein. Gar nicht so einfach. Okay. Hier war das so. Hier kommt er dann runter, ne? Ja. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Zack. 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 Wait a minute. Ähm. Hat der Duke gerade seine Hose aufgemacht? Ich will das nicht. Ja. Roter Schädel. Nice. Lass uns mal reinschauen. Okay. Krass. Stimmt einiges wert. Duke, was sagst du? Du möchtest etwas kaufen? Nein. Eigentlich verkaufen. Schätze. 8000. Okay. Krass. Die Sicherstellung von Waren. Oh. Oh. So. Wir haben jetzt das, das, das. Okay. Wir müssen jetzt hoch und gucken, was da abgeht. Sie war links von uns. Hier? Nee. Scheiße, wo war's denn hin? Hier vielleicht rein? Versuchst du meinen Appetit anzuregen? Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Okay. Aber dann ist es ja schon mal der richtige Weg, würde ich sagen, wenn sie da auftaucht. Na, guck mal gleich nochmal rein. Erstmal zum Duke retten. Moin. Ich hab was mitgebracht. 1, 2 Fliegen. Ich geh wieder. Schon ist alles wieder safe. Sie ist wieder links. Ich hoffe, unter uns nicht, über uns. Ober uns, genau. Hört sich gut an. Sei mein Spielgefährte. Ähm. Abgestanden. Ich fände dich lecker. Gut. Deine Schwestern sind nicht mehr da. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt sind wir wieder im Arsch der Welt. Ah, mies. Und was will die denn von uns? Jetzt sind wir wieder unten in dem scheiß Weinkeller. Ja, Leute. Die Folge ist aber auch schon wieder vorbei. Hat der Schlüssel da einfach nicht gepasst? Haben wir den falschen Schlüssel benutzt? Na ja, haben wir wenigstens den noch gekriegt. Ja, gehen wir wieder hoch. Nächste Folge geht's dann weiter, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zur nächsten Folge.